Und nach ihm folgt der Europameister. Er gewann den Titel eine Woche zuvor. Kommt aus Kassel, Uli Kaspari. Wir kennen ihn seit vielen Jahren. Vize-Europameister wurde er 95 in Linz. Bevorzugt das klassische Posing. Präsentiert hierbei seine gute Körper- und Muskelsymmetrie. Dritter war er bei der WM auf Malta 95. Ein Mann ohne Schwachpunkte. Ein Mann mit stimmigen Definitionen. Ein Mann mit einer optimalen Periodisierung. Er ist immer topfit, wenn es um Welt- und Europameisterschaften geht. Ein Mann, der sich Monate, Jahre lang vorbereitet auf solche Veranstaltungen.